Was für mich noch Besonderes berührt ist, was diese junge Frau alles schon erlebt hat in ihrem Leben und was alles aus ihr rauskommt, dass sie das auch zeigen will und muss, dass sie davon spricht, dass sie dazu Bilder malt, das finde ich wirklich auch ganz aussergewöhnlich, das ist sehr selten, dass jemand sich so stark zeigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Und bis zur Zeit habe ich nicht in den Klassiks-Nakasien. Die Klassik-Nakasien-Nakasien-Nakasien kamen habe ich nicht in die Klassik. Ich bin von mir und bin mir im Klassik-Nakasien. Das ist die zweite Mal, dass wir ein Projekt zusammen gemacht haben. Und diese Woche, für die Geschichte und die Teinture von Mahlouba, war es sehr wunderschön, dass ich, ich bin Suisse, seine Geschichte, die Afghane ist, mit einem Afghanen Instrument. Ja, ich habe mir dann Zeit genommen und meine eigene Geschichte in diesen Bildern versucht zu sehen. Und was mich sehr berührt an Machbuba ist, dass sie so offen über alles sprechen kann und dass sie einen Weg gefunden hat, ihre Geschichte zu zeigen. Untertitelung des ZDF, 2020